So und Willkommen zur 28. Folge von MyTest. So, wir waren gerade hier mit fertig geworden. Das heißt, wir können jetzt die Sachen abgebaut haben, schon mal... Gucken wir mal hier. Oh, kommt ja. Vor allem wegen Erdbeeren haben wir schon ein paar gesehen. Da, zum Beispiel. Da wir jetzt durch das vorzeitige Ernten einiges verloren haben, würde ich mal sagen, ja... Können wir auch noch mal hier ein bisschen was abgraben. Gerade meine, äh... Gerade meine schöne... Alter! Gerade meine schönen Erdbeeren, äh... Meine schönen Erdbeeren? Meine schönen Erdbeeren, so... Ich sollte ins Bett gehen. Bin zwar gerade als Vertreter schon aufgestanden, aber ich sollte ins Bett gehen. Einfach ins Bett gehen. Einfach so, einfach schlafen. High Speed! Ich hab Glasfaser. Okay. Dann würde ich mal sagen, äh... Zuallererst machen wir... Pfff... Jo... Ne? Machen wir. Machen wir schon. Okay, ich räume erstmal alles weg und dann gucken wir mal genau, was wir anbauen. Ähm... Damit wir hier mal ein bisschen Ordnung haben. Wie mein Inventar einfach voll ist. Ich glaub das nicht. Äh... Ja komm, ihr kommt auch erstmal hier unten hin. Ähm, ich brauche ein bisschen Platz hier im Inventar. Das geht ja so gar nicht. Äh... So, Werkzeuge kommen alle hier in die Kiste rein. Kann ich später wieder rauskrabbeln. So, das heißt... Was hat die Sachen hier zu tun? Äh, okay. Schau mal ein bisschen auf, Alter. Ist ja mal hier ein Kaninchenfeld. Brauche ich auch nicht. Äh... Papyrus. Naja... Kann ich ja mal aufheben. Das hier brauche ich auch alles nicht. Da haben wir bereits eine Kiste und die ist komplett voll. Ja, genau. Die ist komplett voll. Daher brauchen wir einfach nicht. Äh... Was kann noch weg? Das hier ist Werkzeuge. Das kommt in die andere Kiste kurz rein. Einfach weil wir grad den Platz brauchen. Äh... Okay, das bleibt erstmal ja alles hier. Äh... Lalalala. Lalalala. Lala. So. Das heißt, ähm... Ja, genau. Erdbeeren. Werden wir auf jeden Fall einpflanzen. Äh... Abgeschlossene Thronen mache ich auch mal hier mit rein. Top. Hat das noch sogar schon zwei Trinne. Schau mal einer an. So. Äh... Zuallererst. Was kommt zuallererst? Getreide. Und zwar alle vier Sorten. Einmal dich. Einmal... Andi, du bist Baumwolle. Einmal dich. Ein... Mal... Was? Wir haben nur die beiden? Das ist jetzt ein bisschen, ähm... Nicht so, wie ich mir das gehofft hatte. Okay, dann müssen wir dann erstmal das Feld freilassen. Kakaobixen nur an Bäumen. Wo wachsen Kaffeebohnen? Ich weiß das gerade gar nicht. Ah... Gut, ich mache mal Baumwolle, mache ich sowieso ein ganzes Feld. Wir haben gerade mal drei Samen für Baumwolle. Ach du Scheiße. Ah Gott, 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 ah Gott. So, dann machen wir ein ganzes Feld voll mit Kartoffeln. Ein ganzes Feld voll mit Gurken. Gucken, machen wir gleich mal hier. Wird wahrscheinlich eh nicht reichen, von daher nehme ich gleich mal überall zwei Stacks mit. So... Ja... Unsere Öffnung kommen wir jetzt mal noch da. Ach was, erstmal lass mich hier. Okay, wir machen jetzt mal erstmal das, erstmal das, erstmal das. So, das heißt, ähm... Hier kommt Weizen hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann kommt hier das andere hin. Und hier kommt dann die anderen bei Weizensorten hin, äh, die wir noch nicht haben. Danke dafür. So, dann kommt hier, äh, komplett Gurkensalat-Mayonnaise hin. Okay, eins der Kette doch gereicht. So, dann haben wir dann schon mal unsere Salate gesehen. Dann kommt hier, äh, also das gesamte Feld wird dann irgendwann mal, ne? Also hier und Baumwolle. So, und hier kommt Weizen, äh, Hanf und Scheiße hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da, 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 da. So, nochmal zur Verifizierung auch nochmal von hier zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Bis jede Kante sein, passt perfekt. So, und wir können jetzt erstmal irgendwo im Dschungel, äh, und die anderen beiden Weizenarten suchen. Das ist ja ein Träumchen hier, also ein Albträumchen, ne? Wir brauchen definitiv mehr, also wir brauchen überhaupt mal. Wo, wo war Dschungel, war die Rechnung, oder? Kann das sein? Ähm, jetzt habe ich natürlich keine Verpflegung dabei. Egal, wir haben Kartoffeln und Dingsabonster dabei, das muss erstmal reichen. Zur Not holen wir gleich mal hier ein paar von den Dinger. Davon wechseln wir hier echt mehr als genug. So, Dschungelwand hier Richtung. Alter, wie viel hier einfach wachsen, das ist doch ein Traum. Alter, das ist doch... Nicht mehr normal. So, ab in die Richtung. Ne, und nämlich das Feld, wo nämlich jetzt quasi die Baumwolle gezüchtet wird en masse. Da wird dann später, wenn wir denn genug Baumwolle haben, für unsere ganzen Backpacks. Ich fände gar nicht, wie viel haben wir überhaupt schon. Noch gar keinen, ist eine perfekte Voraussetzung. Ähm, wenn wir dann irgendwann genug, ja, haben, dann wird das Feld ja freigegeben. Und da machen wir solche Sachen wie Erdbeeren, Rhabarber und so eine Scheiße halt. Also das ganze andere Zeug gedönst halt. Ich glaube irgendwie, wir laufen gerade in die vollfältige Richtung. Kann das sein? Ich sehe... Wirst du dich schon längst im Dschungel kommen? Alles, was hinten kommt, sind Sterne und Träume. Ich will nach Hause. Ich hab mir verlaufen, Mami. So, wir müssen ja in die Richtung Keter-Jungel kommen, oder? Ja, okay, ich bin also doch in die falsche Richtung gelaufen. Danke dafür. Das war das Dümmste, was ich hier machen konnte. Ja, das war das, was ich hier lief warst. So, ich bin die Fresse. Ich bin die Fresse. Oh, ich bin die Fresse. Ja. warum haben wir keine verfickte stamina wollte schön über diese scheiß körper darüber springen und fall natürlich trau komplett rein weil stamina so nö ich bekomme auch keine stamina was ist denn hier los dann halt nicht so hier um dort auch irgendwann was so dann ist der dschungel dann war es doch die richtige richtung aber ich bin so weit die richtung also soweit die region abgedriftet stamina da sind wirkt anymore danke dafür so wir brauchen nämlich das komische gras was hier in den wäldern äh in den dschungeln wächst dieses dschungel gras was ich hier sehe warum auch immer hallo brauchen wir nicht was bist du denn ach zwiebeln ach das ist die wow ok ich ging davon aus dass man andere textur hat ok hatte gerade diese diese so wie es halt bei vanille meint es aussieht also was habe ich gesucht aber wie kann das nicht aber daraus gibt es nur reis und des baumwollsam es ist doch nicht das richtige verarschen oder was ok halt stopp runter bitte so was ist das jetzt das normale gras ich kriege eine krise gibt es vielleicht aber tropen gras ist richtige wo woraus man die anderen sachen bekommt ja dann leck mich halt doch bist du schon wieder verscheid zwiebeln und knoblauch da wird sich der nächstgelegene dracula freund ich gebe es auf also wir haben Weizen, wir haben dieses Out, aber die beide fehlen uns noch. Out haben wir... Ich weiß auch, wie viel... Ah, so Bullshit. Jetzt haben wir was. Jetzt haben wir Out Seed. Ja, ja, hatten wir schon vorher. Äh, das sind die beide, die wir nicht brauchen. Die haben wir schon. Wow, Mikroro-Kleines Grauens. Ja, 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 ja. Oh, hier ist ein Boot. Nice. Hm. Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass im Dschungel anderes Gras wächst als hier, weil das, was im Dschungel wächst, wächst ja hier auch. Das ist also nicht das klassische Dschungelgras. Ähm, ähm... Also gibt es jetzt hier wahrscheinlich mehrere, mehrere Typen von Dschungel. Und das, den Dschungel, den wir haben, ist genau der falsche. Das ist natürlich super blöd. Dann wäre ich mich die nächste Frage, wo ist denn der Dschungel, den wir brauchen? Wo es jetzt richtig hier Gras gibt, das Gras, was wir brauchen, um die anderen Sachen zu bekommen. Ich hätte nämlich doch schon gerne ein bisschen Vollkornmehl, ähm, ja. Für Vollkornmehl brauchen wir aber alle vier Sorten von Getreide. Und so wie es aussieht, finden wir das hier nicht. Ich versuche mal, dieses Trocknergras da einzusammeln. Mal gucken, was es da gab. Obwohl, da gab es ja auch was. So, ah, lol, okay. Dann haben wir es ja endlich. Nice. Gut, das heißt, hiervon werden wir jetzt eine schöne Menge einsammeln. Wir brauchen jeweils 30. So, wobei mir gerade einfällt, wir können natürlich auch das Gras, was wir bereits eingesammelt haben, immer wieder anbauen und wieder abbauen. Das würde zwar schneller gehen, wo wir denn hier suchen müssten, aber das wäre auch ganz schön langweilig. Äh, Wengwall, Baum. Hat ja wunderbar funktioniert. Kann man das auch hier drauf anpflanzen? Garantiert nicht, ne? Doch, kann man. Doch, kann man. Aber das kann man nämlich super hart nicht abbauen. bertieu子. Auch. Ich versuche das, wenn man die Kärbücher Platz der Kürbücher hat. Das kann man ja nicht Bye Pis! Ich versuche mal aus dem Linden. Ich versuche es sehr schnell für ja das ist halt schön wenn man die kraft so einsammelt der lichter wird bis zur landschaft und wie das jetzt die ganze zeit hier auf den stein starren wir kultivieren lieber wieder das land und bauern lieber gras ab dorthin etwas länger ist aber wesentlich spannender auch dieser tja so ein hau so ein bombkitz wirklich mal abholzen wobei haben wir glaube ich schon ein züger tja warum das mit dem stamina gerade nicht funktioniert bin ich gerade ein bisschen überfragt am zimmer hat sich das hat eigentlich nichts geändert also daran dass irgendwelche neuen lots drauf sind kann es nicht liegen von daher keine ahnung jetzt haben wir schon holz abgebaut wir haben es vor allem 21 von anderen 13 das muss erst mal reichen ja das hier war natürlich komplett sinnfrei danke dafür danke dafür so von der normalen kann aber auch noch ein bisschen was abschlagen können wir vielleicht auch noch ein bisschen sagen von der anderen das war auch noch ganz schön defizit jetzt weiß ich gar nicht mehr welche richtung unsere haupt war es muss dabei hinter uns gewesen sein also da irgendwo weil da war ja der dschungel und den haben wir ja passiert so wieder dann machen wir jetzt auch doch doch gut aus weg damit sondern wir jetzt das was wir brauchen was wir gehofft haben was wir gesucht haben hier hier fehlt auch vieler holz okay also er hat auf jeden fall schon mal jemand was gebaut beziehungsweise ist die land gekommen und hat sachen abgebaut so rum so dann hoffe ich mal dass wir jetzt durch den dschungel gehen wir dann auch wieder an unserem haus wieder rauskommen das wäre ganz schön Boah, alter Chili? Jaaa, lol. Nicey, nicey. Jetzt habe ich allerdings unsere gesamte Hand mit Nahrung voll, was natürlich ver... Ja, dafür sollte, dass ich dies nicht mehr abbauen kann. Okay, hier ist ein Teich. Wird mal ganz kurz, wir sind nach da gelaufen. Ach, da kann das sein. Wir werden uns hart verlaufen. Und zwar so richtig hart. Wird hier schon kommen. Vor allem, weil der Dschungel aus dem scheiß unsiegsames Gelände ist hier. Ist ja ein Fräumchen. Boah, alter! Oh, deine Mutter! Da jetzt hin! Du kleine! Boah! So, da ist der Hügel. Und wenn der Hügel vorbei ist, müssen wir eigentlich zu unserer Fläche kommen, wo das Let's Play Together ist und wo auch meine Hütte ist. Oder auch nicht. Jetzt sagt mir nicht, dass das der Bereich des Hügel gerade war. Ich fick mein Leben, dass das der Bereich des Hügel gerade war. Oh Gott, warum passiert mir sowas? Ja, das ist der Angabe. Ja, okay. Aber wir sind doch losgelaufen, da war Falco rechts von uns. Hat jetzt in der kurzen Zeit die gesamte Mapdue überquert, oder was? Falco, ich hasse dich. Ich hasse dich. Du fucking fucker. Spaß. Erstens musste ich mich dann selber abbannen, weil ich jemanden beleidigt habe. Und zweitens war das natürlich nur ein Witz. Was will ich aber hasse, ist der scheiß Wald. Also der Dschungel. Vor allem, man sieht hier nichts, man kann sich hier nicht mehr orientieren. Scheiße. Scheiße die Wandern. Vor allem, man bleibt die überall hängen. Und dann würdest du dich neu positionieren, um so hochzukommen und schon... Ach komm, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Alter. Ja. Äh. So, wir müssen jetzt so laufen, dass Falco die ganze Seite rechts von uns ist. Rechts. Wir fahren mit der Tram 88. Ja. Okay. Hab's verstanden. Bitte gehen die weg. Die gibt's nicht zu sehen. So. Hoffen wir mal, dass das mit dem Teichstift auch richtig ist. Äh. Warum kurz nicht den Berg? An den Berg kann ich mich nicht erinnern. Oh Gott. Also einmal links abbiegen. Wer war's jetzt hier? Warum ist hier... Ah. Okay, doch. Wir müssen doch in die Richtung. Genau. Dann ist ja alles richtig. Oh. Alter. Ich muss ja schwanz. Arsch. Fuck. Nach. Bitte was? Oh. Oh. Boink. Das ist ja hier reinste Parcours, ey. Das ist ja... Das kannst ja keinmal zählen. Aber wir haben's geschafft. Das war quasi nochmal so die Prüfung kurz vor Ende. Ja. Und Falco ist ja tatsächlich auf der anderen Seite. Das heißt, er hat die gesamte mit überquert und die Bäume schon wieder um hier. Oh. Alter. So. Da wo Falco ist, muss jetzt unser Gebäude irgendwo sein. Naja, so fast. Da ist unsere Let's Play Hütte irgendwo, da ist unser Gebäude irgendwo. Oh. Hoffentlich zumindest. Warum ist jetzt hier Wasser? Warum ist jetzt hier Wasser? Okay. Guck mal in der nächsten Folge. Das gibt's nicht. Das ist... Oh. Das ist das. Wir machen's mit dem. Aber das ist das.